Applaus Menschenskinder ist das ein toller Empfang. Vielen, vielen herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Eine große Ehre für mich, dass Sie alle so zahlreich erschienen sind. Ich freue mich wieder einmal, hier im wunderschönen Magdeburg sein zu dürfen. Ich war gerade noch drüben auf dem Weihnachtsmarkt und ich muss sagen, also einfach toll, eine tolle Stimmung, so wunderschön geschmückt. Also Kompliment, ein toller Weihnachtsmarkt hier in der wunderschönen Stadt Magdeburg. Guten Abend! Natürlich allen einen schönen zweiten Advent, meine Damen und Herren.